Danke für alles, Carlos. Viel Glück. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich die Steuerung gleich nach der Landung auf Umkehr schalte. Dann können wir, falls es brenzlig werden sollte, sofort wieder verschwinden. Wartet! Ich sage mitkommen als Verstärkung. Eschkopf! Hör ein Käffi los! Hör ein Käffi los! Ich übernehme das Boot. Los, raus! Raus! Lass die Maske hier! Nein! Vorsicht, dass sie die Handgelenke nicht zusammenbringt! Lass mich los! Komm schnell! Lass sie nicht weg! Lass sie nicht weg! Lass sie nicht weg!